Ich bin hier mit der Gurke in einem... Ach so! In einem Kontrollraum. Ich mach das Stargate. In einem Kontrollraum. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich bin auch da. Das ist ein Kontrollraum. Ich wusste das. Ich wollte euch nur mal testen. Hallo süßes Pferdchen! So, das Stargate ist offen. Wer du mich mag, kann durchgehen. Was ist denn Stargate? Was ist das da vorne? Das große blaue Ding. Das ist ganz richtig. Stargate? Das ist ne Serie. Die ich nicht geguckt habe. Hier ist Spezi und da war noch ne Gurke. Ja, das sagen sie alle. Die Gurke ist hier. Wartet mal, ich nenn jetzt mal den Namen von der Gurke. Wartet mal. Wo ist die Gurke? Ich will den Namen lernen. Ich bin durch Stargate durch. Und das Stargate ist aus. Ich bin hier mit Spezi alleine. Ich bin hier mit Spezi alleine. Ray on? Ray on ist Pony. Also wir haben nicht. Wow! Nein, 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 nein! Nein! Was ist hier? Da bist du reingegangen. Was ist das? Zur Information. Man kann nur von der Seite reingehen, von der es geöffnet worden ist. Toll. Wenn es Chris auf der anderen Seite aufmacht, können wir von dieser Seite nicht reingehen. Au. Mein Plan hat geklappt. Es ist irgendwie ein, genau. Die Unwissenden. Okay, was ist das? Ich komme mal wieder raus aus dem Stargate. Bin hier innocent. Oh, ich wäre fast zu nah dran gelaufen. Ich bin Traitor. Man darf übrigens, wenn das Stargate sich öffnet, darf man nicht... Nein, Bu ist's! Ich bin ein Einhorn. Pies, ich bin ein Einhorn. Hör auf. Ries, wir sind zusammen dabei. Ich hatte nichts. Sehr gut. Sorry! Ich hatte doch nichts. Ich bin ein Einhorn. Ich bin ein Einhorn. Alles gut. Hatte ich trotzdem nicht geredet. Sorry. Hey, ist das hier die Waffelkammer? Ne. Wo ist die Waffelkammer? Ich such die Waffelkammer. 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 Oh ja. Ich trete nicht weiter hier hin. Map bei JJ Bond. Ah, die Waffelkammer, Entschuldigung. Hä, wie komme ich denn hier raus? Äh, du kommst hier durch die Tür raus. Ah, warte hier. Bei mir ist Spezi. Ich möchte jetzt hier bitte alleine sein. Hier ist schön dunkel. Ah, hier ist die Waffelkammer. Oh, er hat die Waffelkammer gefunden. Nein. Tür zu. Oh, ich habe hier nur... Eine Waffelkammer. Ach, Mann. Hier könnte ein Kino laufen. Also ein Film. Und falls hier ein Film laufen würde... Hier könnte ein Kino laufen. Ja, also ein Kino. Film. Dein... Ah! Nein, ich bin kein Fischer. Warte, wir gehen rein und wir haben einen Discombulator. Komm. Also wenn ich gleich tot bin... Dann warst du das Discombulator. Ich führe sie. Achtung. Achtung. Gleich geht er hoch. Ey. Oh, Mann. Das macht schon Spaß, oder? Ich habe auch noch welche. Guck mal, hier. Das ist sogar das Besseres. Nice. Habe ich noch einen? Ich habe eine Smokegranate. Oh. Fuck. Oh, Mann. Irgendjemand schießt jetzt bei mir. Ich habe nicht geschossen. Irgendjemand hat aber wirklich gerade geschossen. Ich weiß nicht. Aus dem Turm hier... Oh, sehr... Weiß ich nicht. Ich habe Äpfel auf dem... Wir waren so stark. Ich weiß nicht. Ich bin für mich hier gerade ganz alleine. Also sämtlicher Verdacht könnt ihr hier... Ich gehe mal durch Stargate. Wenn die Toten mal kurz sagen, dass sie tot sind, danke hier. Und ich kenne mich nicht aus. Oh oh. Ich gehe durchs Stargate. Wow. Ja, diese Seite vom Stargate. Das ist ja cool. Das ist unerklärlich, was er meint. Die andere. Bist du gerade durch die... Oh, sorry. Das wusste ich nicht. Ich habe Angst vor Steinmangen. Steinmangen hat eben geschossen. Ja, wo stehst du? Das wusste ich nicht. Wo seid ihr eigentlich? Ja, normal ist es, wenn ich sage, dass ich das eine Lied von Katy Perry mag, obwohl es einen Titel hat, den ich so gar nicht mag. Jerry ist tot. Lass die in Ruhe. Hi. Oh, hier ist Gurke. Ich trau dir nicht. Ich trau dir nicht. Okay, dann gehe ich weg. Kein Problem. Lebt denn noch alles, Slay? Ja, ich lebe noch. Ah! Ich habe doch gesagt, ich gehe weg. Dann darfst du mir nicht folgen. Nicht? Wieso nicht? Jawoll. Oh nein, die Gurke ist hinter mir. Tschüssi ist es. Ah, Tschüssi ist es. Tschüssi. Das war nur ein Sparschuss mit Lok. Ja, 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 ja. Ich mache auch Sparschuss. Alter. 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 Okay, lauf mal in dem Radar, holst du gerade einen dritten Stock, aber es gibt hier keinen dritten Stock, seit wann, ah, Moment mal, ich weiß schon, ach, mach die Tür auf, was, gut, dass ich einen Teleporter habe, so, hoppla Faker Faker Ins Portal Nein, ich will doch, dass die Leiche aufhängt Weißt du, dass du nicht immer eine Leiche aufhängt? Doch, aber ich wollte dich auf die Decke hängen Warum hast du mir nicht durchs Portal geschmissen, das war richtig gewesen Mit seinem Arsch, oder mit seinem Arm, je nachdem Armsch Mit dem Armsch, ja Mit dem Armsch Du, jemand, der rein schreist Hallo Hallo Rayon, du hast wunderschöne Augen Hallo Hallo Hey, hier, ich hab die Glocken Hallo, eine wunderschöne, gröne Prisade Nein, nein, Spezi ist es, Spezi ist es Spezi, okay Rayon, geh weg nach der Seite Wow, wow, da schießt doch jemand auf mich, da schießt doch jemand Warte mal ganz kurz Steinmagen, 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 komm, geh Fühlig schnell Gizzy ist es, Gizzy ist es, Gizzy ist doch bei mir Ja, ja Was ist jetzt mit dem, mit dem Dings gewesen? Oh Leute, nicht direkt am Anfang Come on Ich hab grad aus Dings Firebug von, von Cattieberry angemacht Das ist unfair Müsst jetzt noch ein bisschen Party machen Ja, das ist voll unfair, das verstehe ich Geh mal alle rein Kommt rein, kommt rein, Leute Pony und Gurke gehen jetzt mal Na raus, wow Rettet mich, ich bin mal auf zu mit der Gurke Nein, nein War runter Hä, wo sagst du? Ich vertraue Steinmagen Ich muss dich jetzt eigentlich töten, Chris Nee, musst du nicht Stay Hallo Einer Der Lift ist glaub ich verpackt, oder? Keine Ahnung Der fährt nicht drunter Warum zieht ihr gerade beide? Ich will aus Sybil, helft mir, rettet mich Rettet mich Rettet mich Hilfe, rettet mich Ich muss mich retten Okay, ich bin im Lift und es fährt da rum Danke Rayon, dass du rausgegangen bist Du warst einfach zu fett Was? Deswegen jetzt auch nicht Hä? Der Lift ist gerade durch die Gegend geglitscht Finde ich gut Bist du dort? Du bist als Pony sehr süß, ne? Rayon Aber ich lasse mich jetzt nicht von süßen Ponys so ein bisschen, ne? Das wäre ja zu einfach Hä? Wir sind doch Freunde Kann ich dir? Dann ist der Lift Jahrelange Freundschaft Das kann doch jetzt nicht mehr sein Like a lightless bow Your heart will blow And when it's time you know Yeah! Sehr gut Sehr schön Wollte ich auch glücklich Und ich stack hier gerade irgendwie Wollte? Meine Waffe Äh The night Da ist er Like the black curse July Ich bin hier gerade gefreezed Ich mach gerade Party Lass stürme ich die Stadt Party machen Ich hab ein Collection Problem Auto Disconnected Oh, oh Dann hatten wir ein Collection Problem Au Und mein Stream ist auch offline sehe ich gerade Oh nein Wollen wir kurz Pause machen? War mit Granate gedruckt? Äh ne, war einfach kurz Das erholt sich grad wieder mein Stream geht grad Wer hat mich hier gerade Wer hat mich hier gerade Wer hat mich hier gerade Ich connect noch mal neu Ich connect noch mal neu Ich wurde gerade von hinten angerissen Ich habe nicht gesehen von wem Von hinten? Ich hab nicht gesehen Ich wurde irgendwie Keine Ahnung Das war wahrscheinlich nicht Ich hab mir eine Granate geschossen Was? Das war aber Ich bin offline War aber eine Liebeskranade Okay Ey, nicht schießen, nicht schießen Wir müssen warten Ich, ich join schon wieder Könnt weiter machen Ah shit, ich wollte das nutzen Zum Toilettengang Na ja, man kann ja nichts machen Ja, kannst du auch Ja, super Ey, ich bin hier im Büro Nicht nachschießen Ich bin auf Toilette Klingt aus Verständnis Nur aus totalem Eigennutz Warum ist hier niemand? Was? Oh, ich bin gerade Oh, ich bin Dictator Oh, kack Warte mal Ich folge niemanden Bei dir steht Trigger Happy Machst du schon wieder leute guck mal nein 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 das ist nett hast du eine pub gun nein ich habe aber selbst nachher ist es ein ein ab er hat es noch ein 60 der war scheiße da 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 Im 16 ist scheiße John Cena Da 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 Ich nehme den Lift Hi Slay Ich nehme den Lift Der gerade runter kommt Und jetzt die Tür aufgeht Es tut mir leid ich wollte das nicht Ich wollte das nicht bitte Ah toll da muss man Das ist Dein Magen schießt Ich bin nicht tot Dein Magen Richard Slay steht hier einfach rum Dein Magen Hilfe Da sind wieder alle an einem Haufen das ist nicht schlau Spezi kann ich mir vertrauen Ist nach wie vor Steinmagen Kacke ich hab da falsche anbekommen Nein nein ich hab neben 16 Jetzt hab ich Ist alles in Ordnung Äh ist das Ist das wieder geklärt mit dem Disconnect Ja ja ist wieder geklärt Super Pony? Außer dass ich keine Waffe habe das ist unsuper Alles klar Guck mal Ich wollte mal wählen Guck mal Ich bin eine tolle Gurke Die Gurke macht mir generell Angst Der böse Pony hat eine Granat auf mich geworfen Okay böses Pony Böses Pony Das böse Pony ist nett Komm her du kriegst Mit der Peitsche Oh geil Alles klar Wir waren Einsam Auf einem fernen Planeten Oh ja bei einem fernen Planeten Okay Den sie durch ein Stargate erreichte Vielleicht war es auch eine andere Dimension Sie wusste es nicht Denn sie stand einfach nur da drinnen rum Und lief im Kreis Die lief stehenden Kreis Und fragte sich Wann sich das Stargate öffnen würde Als es sich vor seiner Nase öffnete So epic Chris ist hier Chris ist in der Sarge Chris ist in der Sarge Und durch die mich geknallte Wie sie wieder Selbstmord gemacht hat Indem sie Rückwärts In die falsche Richtung Durch das Stargate rannte Und Rayan und hier Standen da Rayan und hier was Rayan und die Gurke Standen da Und trauerten Denn Dies war ein trauriger Vorfall Und mehr nicht Doch Rayan öffnete das Stargate Und zeigte der Gurke Wie man auf die andere Seite kommt Und die Gurke war frei So viel Freiheit Die Gurke wusste nicht Was man damit machen soll Prost ab episch Wie weit hast du Ich will zufahren Die Gurke und Rayan Nun Von nun an Von nun an Für immer zusammengeschweißt Wortwörtlich Fanden Du Die Spitzesleitung Und er war innocent Sie waren in der Zentrale von SGC Was auch immer das bedeutete Sie wussten es nicht Es wurden Grafiken Von dem Stargate angezeigt Aber was war das Stargate überhaupt Wo waren sie hier Was ist dies für ein Irrenhaus Doch die Gurke hörte dass der Lift sich bewegte Daher regte sie den Lift zu sich Um zu hoffen Andere Menschen zu finden Oder andere Gurken Man weiß es nicht Doch als sie im Aufzug stand Realisierte sie Dass sie Dass sie Rayan verschwunden war Die beiden waren nun getrennt Obwohl sein Penis immer noch als Freons Arsch tritt Er hat nun die Leiche von Rayan Und er verblutet dass er denn keine Penis hatte Und Steinmark war Freighton Die Slave Ja Ja Geilte Story Nimm ich das Trailer Oh das war so schön episch Oh war das schön Dankeschön Der Frankenrider drunter gelegt Und passt das Wollte sie nutze ich denn das Discus Item Was? Dreckige M60 Take ID Track ID Take ID Take ID was? Kann mich doch als Traitor Äh Das ist ne Traitor Aber ich weiß nicht ob wir das haben Wie heißt die? Discus Discus Discus? Was? Meinst du den Advanced Disgust? Ich sehe den Iron Man Ähm Na halt so dass ich die Oh Du lagst Sodass du Identität einer Leiche klauen kann Äh das ist der Advanced Disguster Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Ich hab keine Waffe Danke Ich bin frei Ah Rayon Ich seh dich da Von unten Schönen Abendblick Ich blockiere Ich blockiere grad die Lufttür Ich blockiere grad die Lufttür Ja Machst du bitte wieder Danke Gleich auch Der fällt um Der fällt um Der fällt um Das ist das Problem Rayon Ah Okay Sarah ist Ich hab's gesehen Sorry Man Sarah und Steinwagen Ja Ja Aber immer in den Runden wo ich ihr vertraue Da ist die Traitor Ich find auch den Arsch von der Gurke immer sehr sexy Nee Ich dachte wir waren so gut Ja Traitor Buddies Ja aber trotzdem hast du mich ganz da umgebracht Traitor Buddies High Five Kann mal jemand das Target aufmachen bitte Ich würde gern durchschreiten Achso Kann mal hier jemand das Target aufmachen Kann man das Target durchballern und gehen dann die Schüsse durch? Weiß ich nicht wir können's testen Okay dann testen Einfach hier alle Köpfe drücken außer das Keyboard in der Mitte Ein Albstand halten, Abstand halten, sonst gehst du drauf Okay Chris du gehst durch Sie ist reingegangen, sie ist gestorben Und ich werf so ein Sie ist zum Film reingegangen Ich werf ein Disco durch Soll ich? Ja mach Ach Ich war noch nie in einem anderen Bereich als hier oben Ich war noch nie in einem anderen Bereich als hier oben Und dann? Ehrlich? Ich geh jetzt mal weg, ich versuch durchzuschießen Da ist Leise Ja ist sicher Okay Beweise Beweise Ach er ist tot Beweis genug Einhorn Angst Du bist Hey Sonic Da Warte hier Ich mach dir den Weg wieder auf Mein Name ist Nick Sonic Du bist so ein Nick Alter Ich hab so ne Nick Ne Ich hab so ne Nick Wieso? Alter Selbst schuld Ich hab so ne Nick Du wie ab war das mal ey ich auch Oh Lass Kann schon Kann schon Ey das war schön Oh man Ja und man darf nicht zu früh in Starcade reinlaufen Ach Das wollte ich nämlich grad sagen als du reingelaufen bist Ich mach das schon nicht mehr weil ich eben so Uri ich kenn die Map noch nicht Instant getötet wurde und deswegen halte ich mich jetzt stark davon fern egal ob innocent oder was anderes Ne wir gehen jetzt durch Ja Vor allem bist du in die falsche Richtung durchgegangen Kann man da jetzt durchballern oder nicht? Kann man da jetzt durchballern oder nicht? Und wie sieht denn die Richtung aus Wie sieht denn die Richtung aus die richtig ist die man gehen könnte? Ne du kannst nur aus der Richtung ruhig gehen aus der erst geöffnet wurde Also es gibt nur zwei Seiten vom Starcade Ist die dann so blau? Ne ne die sind Die sind genau gleich aus Okay Du kannst es von beiden Seiten öffnen Aber du kannst nur aus der Richtung öffnen Und aus der erst geöffnet wurde Alles klar Oh ich bin hier mit Rayon Rayon Hi Schönes äh schöner Hut Okay Sehr nett von dir Ah Wo ist denn eigentlich die Waffelkammer? Ich würde hier gerne in die Waffelkammer gehen und über Discos werfen Wie das klingt Hi Guck mal Ich hab ne Ich hab ne Glock Ist das nicht sicher? Kein Shooter King Testen? Soll ich ja testen? Ja Ja Testen? Ja Hey hier liegt ne Leiche da wo Rayon hergekommen ist Rayon ist Rayon ist Rayon ist Er ist der einzige von dir Richtung gekommen Rayon ist Fuck you Warte warte lass mich die Leiche und müssen Rayon ist es wirklich? Nein Ist das hier ein Traitor Tester eigentlich? Nein Geh weg Das ist kein Traitor Tester Das hat die Map nicht Das ist kein Traitor Tester Das ist kein Traitor Tester Weil noch mal was passiert Oh Seid's über ein Discos geben wird Und wir haben ja ein Date Weih Ne Ich hab daneben geschossen Wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Ich hab daneben geschossen Guck Oh wie schön Man sollte den Beam nicht direkt dahin schießen, wo man selbst steht. Ja, hab ich gerade bemerkt. Krass, ne? Wer war selbst? Oh Mark, warst du Traitor? Ne, war nicht. Es waren Rayon und Spezi und Spezi war direkt neben mir, als ich Rayon getötet habe. Ja, da kam so ein Netz so, so, oh, siehst süß aus und, oh, ich erschieße dich, okay. Ah, übrigens bei dem Raum, wo du vorhin warst, Sarah, lass da noch mal hingehen, ich zeig dir, wie man da reinkommt. Ach, jetzt häng ich hier fest. Ja, lass das mal später machen. Ach ne, das ist wieder das Pferd. Ich vertraue dem Pferd jetzt nicht mehr. Ich bin hier bei dem Raum, wo du vorhin warst, kann dir zeigen, wie man da reinkommt. Hier, hinter dir. Ne, ne, passt schon, passt schon, passt schon, danke, 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 danke. Ich möchte dich nicht, danke. Ray ist im Traitor Shop. Okay, okay, okay. Ja, aber allein komme ich dann nicht rein, man braucht zwei Leute, um da reinzukommen. Wer ist im Traitor Shop? Guck mal, was ich hier in der Hand habe, weißt du, was das ist? Kann mal jemand, kann mal jemand zu dem Raum hier kommen, ich würde jeder gerne reinziehen. Hier schießt wer, hier schießt wer. Ist das in meinem Spin? Ich würde hier gerne rein gehen in den Raum. Und dafür brauchen wir zwei Leute. Bitte, Leute, bitte. Braucht ihr zwei Leute? Ich kann dir drei geben. War leidend. Ja, komm. Dann hören sie. Ja, Slaver Traitor. Ja, Rayon vertra- was? Slavey? Steinwagen? Okay. Demnach schätze ich auf Spezi oder Rayon. Ich hab grad mit Golfen, Stay zu Toten. Ich bin's nicht. Zu Toten. Zu Toten. Zu Toten. Zu Toten. Zu Toten. Rayon, kann ich dir betrauen? Rayon, komm mal mit, mach mit dem Raum auf, komm. Den hier, komm. Da oben. Du weißt schon. Wie beim letzten Mal. Achso, du meinst, dass das richtig Dings hier. Ja. Willst du herunten oder ich oben? Ich geh auch. Warte, du herunten oder ich oben? Ich bin gerne oben, Chris. Keine Sorge. Ah, nice. Danke. So, wir sind drin. Oder ich bin drin. Ich lass dich auch mal rein. Ich hoffe, du bist kein Traitor. Du lässt mich auch mal ran. Find ich gut. Hä? Was? Nee, warte, du musst noch mal umschalten auf grün, damit ich hier aufmachen kann. Bist du jetzt gefangen? Ja. Ich bin gefangen. Wehe, du schickst Tommels rein. Ich bin kein Traitor. Okay, den Monitor kann man nicht zerstören. Wie der mal angucken kann. Du bist mein Versuchskaninchen. Mein Sklave. Ich bin zwar kein Traitor, der kann trotzdem nichts machen, dass... Wie ich mich hier hingestellt habe, mir das hier ansehen wollte und du... Ich dachte von hinten mit nem Boomer... Naja. So viel Scheiße, ne? Ich hab grad was gehört, was mir nicht so ge... Hey! Peace! Was soll das? Weiß Blut im Raum? Ja! Weil sie mich eingeschossen hat gerade! Okay, wer lebt denn jetzt alles noch? Ich! Gerade noch so! Ich komme jetzt raus! Ich komme raus, okay? Peace! Wo ist die Gurke? Ja, aber was war das gerade für ein Geräusch? Hab ich gegessen? Die Gurke... Erschieß! Nein! Nicht! Gut gemacht! Gut gemacht! Dieser Random Kill! Dieser Random Kill! Ja, dann geben wir jetzt Beweis! Was war jetzt euer Beweis? Nur ein Gurke totes? Nein, wir hatten beides gleich wie getötet. Somit warst du der einzige, da noch kälter war. Hehehehe... Es ist übrigens halb eins am Morgen. Ich war doch nur ein junger Traitor auf einer hohen Karrierelaufbahn und dann hätte die alles zerstört. Hehehe... Mein Leben hätte so schön sein sollen als Massenmord. Ja Rayon, wenn du sagst, die auffälligste Traitorwaffe überhaupt benutzt, bist du selbst schon. Hehehe... 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 Hehehe...